So, ähm... Voll zum Tragen bin ich nicht von da gekommen Ich kann ihn raufklettern Verdammte Scheiße Ich bin schon wieder in der Schiesserei Ich bin schon wieder in der Schiesserei Ja... Hast du... Oh nein! Sie dürfen nicht in den Unipop verstärken! Zerstört die Brücke! Das sind unsere Leute! Sind hier noch mehr Ungläubige? Ich bin schon wieder in der Schiesserei Ich bin schon wieder in der Schiesserei Nicht! Hallo Mauch! Schon weiter geht's! So geht's auch! Wir werden beschossen! Alles in der Kommission! Warte! Die Stürme! Es ist so gefährlich! Rob! Verdammt! Gibt's noch was? Was ich rum könnte? Nö! Sieht nicht so aus! Äh, ja! Aha, ich darf nicht so lange warten! Das Spiel wartet diesmal nicht auf mich! Okay, das ist interessant! Und weiter geht's! Also es geht automatisch! Ihr sagt mir das! Wer soll ich denn das wissen? Ich soll schliessen und kriegt einen Ach, wer lacht! Komm, geh rauf! Hallo! Wenn du nicht herauf willst, dann musst du halt sterben! Ist mir eigentlich schnurz, aber... Ach... Ach... Also nochmal! Entzeich mich nicht! Das ist das! ... Jetzt geht's los! Jetzt geht's los! So viel rum! Ach so viel rum! Komm, mach schon. Ich hab nicht viel Zeit. Roth! Roth! Wo bist du? Ich bin hier. Lalo, spring! Du schaffst, Lars! Gut, auch nicht. Im letzten Moment abgesprungen. Komm, so. Lara, nimm meine Hand! So geht's. Roth, wir müssen landen. Wir müssen landen oder der Sturm bringt uns zum Absturz. Wir können nicht weg. Wir könnten sie nicht zurücklassen. Wir müssen landen. Keine Chance. Zieh mal nach draußen. Wir können sie nicht zurücklassen. Ich hab's kaum bis hierher geschafft. Runter! Er fällt auseinander. Na los! Scheiße! Sie sind voll weg! Es geht los! Wir haben sie ja gleich gesagt, hättest du nicht mal wegfliegen müssen. Lara! 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 Na komm, Lara! Na komm schon! Los! Da bist du ja! Da bist du! Na komm! Los, Lara! Da sind sie! Nein! Nein! Ron! Ron! Ich schaff das doch nicht ohne dich. Tut mir leid, Lara. Tut mir leid. Du schaffst das. Du bist ohne Kraft. Du bist ohne Kraft. Bist du okay, Lara? Ob sie okay ist? Es geht hier immer nur um Lara. Na klar! Hast du vergessen, dass wir wegen ihr hier sind? Das ist nicht fair, Reyes. Du hast recht. Hätte ich nicht sagen sollen. Es ist nur...Ross. Was sollen wir nur ohne ihn machen? Lasst uns einen sicheren Ort finden und etwas vorbereiten. Er starb als Krieger. Und so soll er von uns gehen. Aber... Das alte PT-Boot am Strand. Das sollte ich wieder hinbekommen. Naja, also... Versuch, wer es wert. Es würde nichts nützen. Wir können die Insel nicht verlassen. Komm schon, Lara. Sag doch sowas nicht. Wir sollten jetzt gemeinsam sowas wie einen Plan spielen, okay? Ihr versteht es einfach nicht. Keiner von euch. Irgendetwas lässt uns nicht gehen. Etwas? Lara, du solltest schlafen. Ich gebe ja zu, dass mich seltsame Dinge besonders interessieren, aber dieser Ort ist einfach zu viel. Ich verrecke nicht hier. Ich repariere das Boot und dann fahren wir. Du weißt, dass hier etwas nicht stimmt, Jonah. Ich kenne dich doch. Alles, was ich weiß, ist, dass Logik an diesem Ort nicht zählt. Du denkst, deine Instinkte sind eine Schwäche, aber sie stärken dich. Vertrau ihnen. Wir brauchen dich. Der große Mann hat recht. Gib dir etwas Zeit, okay? Du weißt, wo wir sind. Komm runter, wann du willst. Ohne dich gehen wir nirgendwo hin. Nimm die hier. Du hast einen tollen Instinkt, Kleiner. Du musst ihm nur vertrauen. Niemand geht. Die Stürme. Sie gehören zu der Macht der Sonnenkönigin. Sie verhindert, dass wir wegkommen. Im Kloster gibt es eine Ritualkammer. Wenn die Sturmwache sie beschützt, dann muss die Lösung, wie man die Stürme stoppt, dort drin sein. Ein versteckter Flusszugang. Das Boot. Damit kommen wir zwar nicht weg von hier, aber es kann uns zur Ritualkammer bringen. Finden Sie einen Weg aus dem Volk? Ich hätte mit ihnen gehen sollen. Äh, taktische Pistole. What the fuck is'n das? Lara, es tut mir leid. Ich hab' dich in diese Lage gebracht. Ich hatte deinem Vater was versprochen, als ich ihn zum letzten Mal lebend sah. Dass ich dich aus Schwierigkeiten raushalten würde. Und was mach' ich? Ich bringe dich mitten rein. Und jetzt kümmerst du dich um mich. Weißt du, du bist genau wie dein Vater. Er war klüger, weiser und stärker als alle anderen, die ich kenne. Und er gab nie auf, wie schwierig es auch wurde. Ich mach' mir Sorgen um dich. Aber ich weiss, wenn jemand diesen Ort überleben kann, dann Lara Croft. Was auch passiert. Du sollst wissen, dass ich dich geliebt habe, wie die Tochter, die ich nie hatte. Ich bin stolz auf dich. Oh, das ist ja lieb. Okay, ich hab' mich getäuscht. Vielleicht auch das Spiel doch noch einiges länger, als ich gedacht habe. So, vieles geholt. Verloren.